hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren film hier bei mir auf dem youtube kanal wir sind heute unterwegs in ehrenberg ehrenberg gehört zur vg feldstein und liegt hier ganz wunderbar am berg mit blick nach thema und die beiden türme von kloster fessler sind hier auch zu sehen das erste mal erwähnt wurde der ort im jahre 1141 damit gehörte ihren berg zum herzogtum franken dann gehört es zum thema und damit zur grafschaft henneberg nach dem erlöschen 1583 dann zu verschiedenen sächsischen herzogtümern 1614 bis 80 gab es hier auch verfolgung von hexen im ort hier wurde margarete frau von lorenz siebenlist sogar hingerichtet siebenlist vielleicht langsam nahm und im dreißigjährigen krieg 1634 wurde der ort teilweise zerstört der ort verfügt über keine eigene kirche aber hier befindet sich die ruine der wallfahrtskirche sankt ottil und hotel die heilige ist ja die schutzpatronin des augenlichts vielleicht sehe ich bald besser die kirche dienende leuten die ohren augen und kopfleiden hatten als wallfahrtsort sie liegt da oben in diesem wallstück auf der rechten bildseite und so pilgerten die leute von der ottilienquelle hoch zu dieser kapelle und mit diesen bildern hier zum ort möchte ich mich auch schon wieder verabschieden und dann ich 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 ich